Hey und herzlich willkommen bei Search One, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video geht es um Rank Math. Wir schauen uns nicht nur die Free-Version an, die jeder kostenlos nutzen kann und die vor Features schon aus allen Nähten platzt. Nein, wir haben wie immer keine Kosten gescheut und die Pro-Version erworben, damit wir all die ganzen Features unter die Lupe nehmen können und auch beantworten können, ob sich die Pro-Version wirklich lohnt und wenn ja, für wen. Ich dachte mir, es macht Spaß, die Einleitung einzusprechen und dabei einfach nach unten zu scrollen auf dieser Feature-Seite, sodass man ein leichtes Gefühl dafür kriegen kann, wie viele es davon tatsächlich gibt. Es ist kein Scherz, Rank Math und Rank Math Pro sind absolute Feature-Monster. Hier ist so viel Funktionalität unter der Oberfläche eines einzelnen SEO-Plugins versteckt, dass sich nach einer Weile das Gefühl einstellt, nie wieder irgendein anderes SEO-Plugin brauchen zu müssen. So viel kann ich schon mal vorweg nehmen, aber jetzt sollten wir einfach mal mitten in den Test das Review eintauchen und loslegen. Ich bin immer noch nicht fertig mit scrollen. Okay, das reicht aber jetzt. Installiert habe ich Rank Math auf einem Leidenschaftsprojekt von Search One, das wir letztens auch schon auf Geschwindigkeit optimiert haben mit dem Plugin WP Rocket. Dort habe ich vor ein paar Tagen bereits Rank Math installiert und die Installationsanleitung findest du im zugehörigen Beitrag, der sich im Blog befindet. Also einfach unten in der Beschreibung den Link suchen draufklicken, falls du eine Installationsanleitung benötigst. Da das Plugin hier schon ein paar Tage läuft, hat es auch schon fleißig einige Daten gesammelt. Also wenn du das Plugin frisch installierst, dann wird es wahrscheinlich ein, zwei Tage dauern, bis sich die Daten hier angereichert haben, aber du kannst dennoch schon mal anfangen damit zu arbeiten. Bevor wir uns jedes einzelne Modul etwas genauer anschauen, möchte ich erst mal zeigen, wo eigentlich die Kernoberfläche von Rank Math ist. Nehmen wir beispielsweise mal diesen ersten Beitrag hier. Um Rank Math aufzurufen, brauche ich lediglich hier oben rechts auf das rote Symbol klicken. Rot ist es glaube ich noch, weil 25 von 100. Das hat auch irgendwann eine andere Farbe. Und hier habe ich dann die verschiedenen Reiter, je nachdem welche Module aktiviert sind und kann zuerst das Snippet sehen, ein Fokus Keyword eintragen. Das ist besonders wichtig. Ich würde hier zum Beispiel das Fokus Schlüsselwort Englisch Zertifikate verwenden. Der nächste Punkt, ob etwas Pillar Content ist, das heißt ein besonders relevanter oder wichtiger für deinen SEO Erfolg wichtiger Content, dann solltest du das anklicken. Das bedeutet auch, dass dir dieser Beitrag nachher zum Beispiel im Link Builder oder Link Zähler, wie er jetzt gerade noch heißt, als mögliches internes Link Ziel vorgeschlagen wird. Und dann geht es darum, hier unten in diesem Bereich oder in diesen Bereichen so viele Fehler wie möglich auszuheben. Beispielsweise wenn Englisch Zertifikate mein Fokus Schlüsselwort ist, dann sollte es natürlich auch im Text auftauchen. Am besten so weit oben wie möglich. Beispielsweise könnten wir diesen Satz hier und wie sollte es auch anders sein. Umschreiben in. Ohne passende Englisch Zertifikate geht gar nichts. Und so wird aus meinem roten Kreuz ein grünes Häkchen. Ich klicke jetzt hier unten einmal durch, damit du siehst, was hier alles drin vorkommt. Ordentliche Überschriften und Zwischenüberschriften, Keyword Density, die Verlinkung, die Lesbarkeit wird hier überprüft. Das hier unten ist auch witzig. Der Titel enthält anscheinend kein Power Word. Kraftwörter sind bewährte Wörter, mit denen Texter mehr Klicks erzählen. Ja, musst du dir überlegen, ob du das einbauen willst. Hier ist die Lesbarkeit des Inhalts. Diese Überprüfungen hier sind rudimentär. Um die Texttiefe und Qualität zu beurteilen, gehört natürlich schon ein bisschen mehr dazu. Deswegen würde ich mich eher auf diese Punkte hier oben konzentrieren. Das ist unter Allgemein. Dann haben wir unter diesem Punkt hier die erweiterten Einstellungen. Hier kann ich je Seite einstellen, ob sie indiziert werden soll oder nicht. Kein Archiv, kein Snippet und ob es vielleicht eine kanonische URL gibt. Und wie das Breadcrumb heißen soll, das ist auch eine coole Sache. Und zwar, wenn mein Titel schon so lang ist, dann kann es sein, dass das Breadcrumb sehr, sehr lang wird und umbricht. Das möchte ich vielleicht nicht aus layout-technischen Gründen. Und hier könnte ich ja beispielsweise auch nochmal das Wort Englisch Zertifikate unterbringen. Dann hier unter diesem Punkt befinden sich die Schemas. Hier kann ich neue Schemas hinzufügen und tatsächlich mehrere verwenden. Wie das funktioniert, habe ich nachher auch in einem Beispiel noch. Personen, Produkte, Rezepte für Kochwebsites, Restaurants für Local Websites und so weiter. Und was auch ganz cool ist, ist hier das Social Sharing Feature. Allerdings funktioniert es nur mit Facebook und mit Twitter. Kein LinkedIn oder Xing oder so, was natürlich auch gut helfen würde. Da könnte man ja mal einen Feature Request erstellen. Also hier kann man dann sehen, welches Bild oder auch definieren, welches Bild und welcher Titel und welche Beschreibung verwendet werden soll auf Facebook. Und hier oben ist die Vorschau dessen für Facebook und auch für Twitter. Ja, und das ist das Hauptinterface von Rank Math jetzt bei der täglichen Arbeit. Wenn man einmal alles richtig eingestellt hat, dann geht es ja auch nur noch darum, Content zu erstellen und hier auch wirklich einen großen Wert darauf legen, ja, alles mal richtig zu machen. Und dank Rank Math wird man ja auch ständig daran erinnert, was einem Beitrag oder einer Seite noch fehlt und was man noch besser machen kann. Und jetzt geht es zur Übersicht über fast alle Module in Rank Math und Rank Math Pro. Im Menü findest du das Dashboard und im Dashboard befinden sich die gesamten Module. Auch wenn diese Website bei weitem nicht alles verwendet, was man hier optimieren kann, habe ich einfach mal so viel wie möglich davon angeschaltet. Mit Ausnahme von BBPress und BuddyPress, weil es sich ja hier nicht um ein Forum handelt. Und wenn wir mal weiter runter scrollen, dann können wir sehen, dass ich sogar WooCommerce angeschaltet habe, obwohl es sich hier auch nicht um einen Online-Shop handelt. Aber so können wir auf jeden Fall mal kurz hereinschauen. Im Dashboard gibt es dann auch noch die Hilfe. Hier kann man sich verbinden, was ich bereits gemacht habe. Und hier ist der Link zur Online-Dokumentation, die sehr, sehr, sehr empfehlenswert ist. Falls man die Installationsschritte nochmal durchführen möchte, dann gibt es dafür den Einrichtungsassistent. Wie gesagt, das kannst du auch im Artikel alles mit jeder Menge Screenshots nachvollziehen. Und auch nachträglich lassen sich noch Daten importieren und exportieren. Beispielsweise auch die Daten aus anderen Plugins. Okay, zurück zu den Modulen. Wir können jetzt hier von links nach rechts durchlaufen und beginnen einfach mal mit dem 404 Monitor. Bei vielen Modulen ist es übrigens so, nach der Aktivierung findest du auch im Menü einen Unterpunkt, auf den du klicken kannst. Das hat den gleichen Effekt, als würdest du auf Einstellungen klicken, was wir jetzt direkt mal machen. Und schon sind wir in den Einstellungen für den 404 Monitor. Was ist der 404 Monitor? Es handelt sich einfach um ein Modul, was überprüft, ob auf der Website eine fehlende Seite aufgerufen wurde, was ja nichts unübliches ist, aber auch darauf hinweisen kann, dass es vielleicht einen internen oder sogar externen Link gibt, der auf eine falsche Unterseite verlinkt. Es gibt zwei Modi. Natürlich verwenden wir erweitert, setzen das Limit auf 100. Das sollte reichen. Da es ja unter Umständen ständig zu solchen 404 Fehlern kommen kann, möchte man natürlich nicht, dass das Log überläuft, zu voll wird. Und wenn ich weiß, dass es auf der Site einen Unterbereich oder einen Pfad gibt, der viele solche Fehler erzeugt, aber daran ist nichts Falsches, dann kann ich den Pfad hier auch entsprechend ausschließen. Parameter lassen sich auch ignorieren, was vermutlich richtig ist, außer du weißt, dass auf deiner Site Parameter verwendet werden, die keine fehlende Seite erzeugen sollten. Kannst du das natürlich deaktivieren. Die Einstellungen sind also vorgenommen. Da können wir mal auf den Monitor gehen und schon haben wir eine Liste mit Seiten, die anscheinend nicht richtig gefunden werden konnten. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Warum das bei dir auftritt, das wirst du wahrscheinlich selbst am besten wissen, aber nehmen wir mal hier das Beispiel. Das ist die Anbieterseite. Ich habe extra mal diese Anbieterseite aufgemacht. Wichtige Seite mit all den Anbietern, die hier verlinkt sind. Und irgendwer hat irgendwo einen Link gesetzt, der tatsächlich diese Seite auf diese Art und Weise aufruft, mit der Nummer hinten dran. Also klicke ich einfach mal auf Umleiten. Dann kann ich diese Maske ausfüllen. Ich brauche eigentlich nur hier den richtigen Link rauszukopieren. Hier unten einfügen und eine neue Umleitung hinzufügen. Schon haben wir eine neue Weiterleitung angelegt. Weiterleitung ist übrigens ein eigenes Modul, befindet sich auch hier im Menü. Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Nächstes Modul. Rank Math bietet Support für Advanced Custom Fields. Der muss nur aktiviert werden. Und natürlich musst du auch das Plugin Advanced Custom Fields installiert und aktiviert haben. Falls du noch nie von Advanced Custom Fields gehört hast und ähnlichen Tools, die bieten einfach die Option, verschiedene Felder selbst zu definieren. Wo setzt man das ein? Beispielsweise, wenn ein Immobilienmakler Immobilienobjekte auf der eigenen Website anbieten möchte. Dann hast du hier vielleicht die Quadratmeterzahl, die Anzahl der Zimmer und so weiter. Und damit das nachher sortiert und auch besser durchsucht werden kann, muss das WordPress Blog einfach die Möglichkeit haben, verschiedene Felder zu definieren, außerhalb der normal üblichen Felder. Und das möchte natürlich auch seotechnisch unterstützt werden. Und das ist das, was dieser Support hier macht. Brauchst du also nur, wenn deine Website Spezialanforderungen hat, an die Art und Weise, wie Daten ausgegeben werden, die über das, was in der Standardinstallation von WordPress enthalten ist, übersteigt. Das nächste Modul ist die Unterstützung für AMP. AMP ist eine von Google entwickelte Technologie, die dabei hilft, Websites und Seiten schneller auszuliefern, indem sie zum Beispiel nicht erlauben, dass auf diesen AMP-Seiten interaktive Elemente vorkommen. Im Prinzip ist dort gar nichts erlaubt, was irgendwie die Geschwindigkeit von deinen Seiten negativ beeinflussen könnte. Also, wenn du aus irgendeinem Grund deine Geschwindigkeit nicht optimieren kannst, das fällt auch in eines der Use Cases. Beispielsweise, wenn du nur an mobile Geräte auslieferst, zu langsam bist oder wenn du einfach so viele interaktive Elemente, zum Beispiel auch Werbeanzeigen, auf den Seiten hast, dass es dir nicht möglich ist, deine Seiten schneller zu machen, weil du ansonsten auf Einnahmen verzichten würdest, dann ist AMP wirklich fehlenswert. Ansonsten würde ich die Finger eher davonlassen. Aber Rank Math hat hierfür auch hervorragende Unterstützung. Die muss man nach der Installation des AMP-Plugins einfach nur aktivieren und dann funktioniert das. Wie sieht das dann aus? Also, sobald das AMP-Plugin aktiviert ist und wir einen Beitrag bearbeiten, dann gibt es hier oben zusätzlich das AMP-Symbol. Ein Klick darauf zeigt dann an, welche Elemente auf dieser Seite ungültig sind. Wenn ich das weiter optimieren will, dann muss ich mich darum kümmern, dass all diese Fehler hier verschwinden. Das Analysen-Modul ist ein Pro-Modul und dazu noch ein besonders wichtiges. Ich würde behaupten, es gehört zur Kernfunktionalität der Pro-Erweiterung dazu oder macht diese hauptsächlich aus. Wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, gibt es noch viele, viele sehr, sehr coole Pro-Features. Aber hier geht es ja hauptsächlich um SEO mit diesen Analysen. Können wir ja ermitteln, wie gut unsere Website tatsächlich optimiert ist. In den Einstellungen kann man beispielsweise die Search Console connecten. Das haben wir bei der Installation schon gemacht. Hier können wir auch vielleicht einfach mal Deutschland einstellen. Hier ist es möglich, Google Analytics zu verbinden. HeyUni.de verwendet kein Google Analytics. Aber falls deine Website Analytics verwendet, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu aktivieren und hier den entsprechenden Account auszusuchen. Und was auch wichtig ist, damit die Rankings korrekt ermittelt werden, zum Beispiel Rankings für Google.de und nicht weltweit, hier Deutschland einstellen. AdSense kannst du auch verbinden und E-Mail-Bericht ist natürlich auch eine coole Funktion. Kannst du an- oder abschalten. Je nachdem, wie oft du in deinem Backend drin bist, brauchst du die vielleicht anfangs gar nicht. Okay, Änderungen speichern. Mit einem Klick auf Analysen im Menü komme ich dann auf diese Analysen und kann hier beispielsweise sehen, die Suchimpressionen, die Klicks und so weiter, die werden offensichtlich aus den Webmaster Tools oder der Site Console rausgezogen. Ich sehe die Rankings für alle Keyworder oder die Track Keywords. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Und was eine coole Information ist, mit der ich wirklich was anfangen kann. Hier sind laut Rank Math die Top 5 gewinnenden Posts, die die also wirklich am meisten machen und bringen. Wenn ich hier oben umschalte, kann ich auch die Top 5 Losing Posts anschauen. In meinem Fall sind jetzt hier noch keine Daten, aber wenn ich hier in dieser Liste eine Seite habe, die wichtig ist, dann weiß ich, da muss ich mich drum kümmern. Im Bereich Site Analytics werden die SEO Scores, die von Rank Math vergeben werden, in gut, mittel und schlecht eingeteilt. Hier steht noch nicht sehr viel, weil wir natürlich noch nicht angefangen haben mit der Optimierung. Sobald du aber die einzelnen Seiten und Beiträge optimierst, werden diese Noten vergeben. Und so kriegst du ein Overall Impression, also ein gutes Gefühl dafür, wie weit deine Optimierungen schon vorangeschritten sind. Im Bereich SEO Performance sehen wir nochmal teils die Informationen zusammengefasst, die auch auf der ersten Seite dieser Analyse draufstehen, allerdings ein bisschen umfangreicher. Hier haben wir die Keywords und da können wir auch durchscrollen und sehen, welche Keywords tatsächlich gute Rankings haben. Ich würde sagen, die sind hier nach oben fluktuiert und hier sind Keywords, die wir so definiert haben. Hier gibt es offenbar ein paar Begriffe, die schon in den Top 10 ranken. Und wenn ich jetzt möchte, dass gewisse Begriffe, weil sie sehr wichtig sind, Priorität erhalten. Dann kann ich hier auf das Plus-Symbol klicken, Duales Studium Porsche und die landen dann auch im Rank Tracker. Ich habe die Seite hier nochmal aktualisiert, denn es dauert ein paar Minuten, bis das Ranking tatsächlich ermittelt wurde. Aber dann taucht dieser Begriff auch wirklich hier auf. Und wenn ich manuell einen hinzufügen möchte, wie zum Beispiel einfach nur Duales Studium als sehr umkämpften Begriff, kann ich das machen. Übrigens, wenn ich ein Komma anfüge und mehrere Begriffe rein schreibe, dann werden die auch gleichzeitig hinzugefügt. Aber einer reicht mir jetzt aktuell aus, also safe. Und hier ist der Begriff und die Rankings dafür, wenn denn welche existieren, werden im Laufe der Zeit ermittelt. Wie wir hier unten sehen, ist der Rank Tracker auf 500 Begriffe begrenzt. Diese 500 Begriffe gelten über alle Domains, die ich mit dem Plugin verwalte oder bei denen ich das Plugin installiert habe. Bei Rank Math ist es ja so, dass eine Lizenz auf beliebig vielen Domains installiert werden kann. Aber die müssen sich dann leider diese 500 Begriffe teilen. Man kann mehr Begriffe dazu buchen, indem man die nächsthöhere Lizenz wählt. Also hiermit sparsam umgehen. BB Press und Buddy Press sind beides Forum-Plugins, die aus WordPress ein Forum machen. Rank Math hilft hier hauptsächlich dabei, die richtigen Meta-Tags, aber auch die richtigen Schemas zu hinterlegen, zum Beispiel korrektes Q&A-Schema. Da Forum-Support aber aktuell für HeyUni nicht interessant ist, überspringen wir die beiden jetzt einfach mal. Als nächstes kommt dann das Modul Bilder-SEO, das ein reines Pro-Modul ist. Nach dem Aktivieren können wir hier mal auf Einstellungen klicken und dann kommen wir auch schon auf die Optionsseite, wo es wirklich sehr viele Optionen gibt. Fangen wir einfach mal von oben an. In der Regel möchte man fehlende Alt-Attribute bei Bildern hinzufügen. Falls du das also bisher nicht akribisch gemacht hast, würde ich dir empfehlen, das hier mal zu aktivieren. Falls deine Dateinamen sprechend sind, also beschreiben, was in dem Bild zu sehen ist, kannst du hier die Variable FileName stehen lassen. Ansonsten gibt hier Rank Math aber auch die Möglichkeit unter sehr vielen verschiedenen, man kann hier wirklich weiter runterscrollen, Möglichkeiten auszuwählen und hier Kombinationen zu erstellen, die vielleicht mehr Sinn machen würden. Ich würde sagen, wenn es jetzt hier nicht darum geht, tausende und tausende von Bildern auszuzeichnen, ist das ein guter Anfang, aber dennoch auf Seiten, wo oder auf denen Bildern wirklich wichtig sind, wenn man gewisse Bilder wirklich in der Bildersuche wiederfinden möchte, dann sollte man sich auch die Mühe machen, diese Bilder einzeln auszuzeichnen. Jedenfalls ist sehr cool, welche Möglichkeiten hier angeboten werden. Dieses Feld, das hat man im Prinzip bei allen Optionen, die sich hier auswählen lassen. Hiermit wäre ich vorsichtig, denn es wird ja eine Caption, also eine Bildunterschrift hinzugefügt. Würde ich auch eher von Hand machen, aber vielleicht hast du ja einen guten Grund, das eben das Tool übernehmen zu lassen. Captions, Descriptions, auch wie das Title Casing dann zum Beispiel aussehen soll, das heißt erster Buchstabe groß und so weiter. Hier sind die Beispiele dafür, alles in Großbuchstaben. Avatars, also die Bilder von Usernamen, könnte man auch mit Altattributen versehen. Weiß nicht genau, was das bringen soll, aber es ist gut, dass es die Optionen gibt, vor allem wenn nach den Menschen, die hier in den Bildern erscheinen, auch wirklich gesucht wird. Falls es Wörter gibt, die du gerne ersetzen möchtest, dann kannst du das auch hier machen. Finde ich auch ganz cool, im Alttext zum Beispiel überall ein gewisses Wort ersetzen. Und eine Sache möchte ich noch anmerken, und zwar, was ich ziemlich gut finde, da Google ja neuerdings auch eigentlich immer auch die JavaScript-Version, also die dynamische Version an der Seite ausliest, ist es so, dass Rank Math tatsächlich hingeht und all diese Sachen, die wir hier einstellen, nur in den Text injiziert, ja nachdem JavaScript geladen ist. Das heißt, es wird nur dynamisch injiziert. Das heißt, der Text, den du selbst in der Eingabemaske definierst, der wird nicht geändert, überschrieben oder so, sondern das wird im Nachhinein auf der Seite eingebettet. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Schauen wir uns doch mal an, wie das funktioniert. Hier ist der Text der Startseite und das Bild, und in die Einstellung des Bildes komme ich jetzt so rein. Und hier ist kein Alttext definiert. Da schauen wir doch direkt mal in das HTML rein. Und hier ist auch der Name des Bildes und kein Alt. Nun, der Name ist jetzt nicht besonders vielsagend, aber wir können es trotzdem einfach mal ausprobieren, visuell bearbeiten. Zurück in den Optionen für das Bilder-SEO schalte ich das einfach mal ein. Und hier ist ja File name definiert. Ich mache das Gleiche auch noch mal für das Title-Attribut. Dann speichern wir ab. Änderung speichern. Updated. Und jetzt mal auf die Startseite gehen. Hier müssen wir nicht speichern. So, jetzt ist die Startseite mal frisch geladen. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann sehen wir schon Hey Uni, an die Universität oder noch ein bisschen Reisen. Eins. Das ist tatsächlich genauso, wie das hier eingestellt ist. Einmal der Title des Dokumentes und dann der Count als Title-Text. Und jetzt öffne ich mal mit Ctrl-Shift-I die Developer-Tools. Wenn ich das Element jetzt mal inspiziere, dann sehe ich tatsächlich, dass er als Alttext Workplace und dann diese Zahl hier eingefügt hat. Du musst also jetzt selbst entscheiden, wie sinnvoll das tatsächlich ist und ob es nicht mehr Sinn machen würde, bei wichtigen Seiten und wichtigen Bilder hier Hand anzulegen und einfach in WordPress selbst das Altattribut ordentlich auszufüllen. Die sofortige Indexierung ist aktuell nur für Bing gedacht und bewirkt einfach, dass neue Inhalte sofort an Bing gesendet werden. Es ist nur ein kleines Modul, bei dem man in den Optionen nur den Bing API-Schlüssel eintragen kann. Dann lassen sich auswählen, welche Content-Typen an Bing gesendet werden sollen. Und das war es auch schon. Dann kommen wir zum Linkzähler. Der zählt interne, externe und ein- und ausgehende Links in den Beiträgen. Da schauen wir erstmal in die Beitragsübersicht, also Beiträge, alle Beiträge. Und hier sehen wir dann tatsächlich die gezählten Links. Es gibt drei interne Links. Der Beitrag hat wahrscheinlich, dieser Beitrag hat sechs externe Links. Und hier rechts werden die eingehenden Links, allerdings nur die internen eingehenden Links gezählt. Es gibt einen Trick, den ich aus der Dokumentation habe. Und zwar angenommen, ich möchte gerne öfter diesen Beitrag hier verlinken, weil ich denke, der ist ganz wichtig. Dann muss ich im Beitrag auf die Rank Math Option gehen und diesen Beitrag als Pillar Content aktivieren. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich beispielsweise in einem passenden Beitrag im Bereich Linkvorschläge diesen Link auswählen. Hier werden mir also die Seiten angezeigt, die ich selbst als besonders verlinkungswürdig definiere. Jetzt kann ich das passende Wort aussuchen, den Link in den Zwischenspeicher kopieren und dann hier einfügen. Return, fertig und speichern. Rank Math arbeitet anscheinend daran, den Linkzähler in ein vollwertiges Linkbuilding-Modul auszubauen. Da die Funktionalität bis jetzt ja nur rudimentär ist, bin ich mal gespannt, was das Team da abliefern wird. Das Modul lokaler SEO und Knowledge Graph, das hat es wirklich in sich. Nach der Aktivierung können wir direkt mal in die Einstellungen gehen. Lokales SEO ist ja bekanntlich für Restaurants, Fusöre, Apotheken und jegliche andere lokale Einrichtungen, die eine Website betreiben und bei Google mitrenken wollen. Und hier geht es hauptsächlich darum, in den Local Snippets aufzutauchen. Wer sich eine Weile mit der Local Optimierung beschäftigt, der stellt schnell fest, dass vor allem das Prinzip der Gründlichkeit zum Erfolg führt. Das bedeutet, je mehr Felder du ausfüllen kannst, desto einfacher ist es für Google, ja, dein Local Ergebnis anzuzeigen. Ein großes Problem bei der Local Optimierung ist es immer wieder, wenn sich kleine Rechtschreibfehler in die Adressdaten, in die Kontaktinformationen einschleichen, dann kann es nämlich passieren, dass Google die Seite auf einmal nicht mehr richtig zuweisen möchte, weil der Bot vielleicht durcheinander kommt. Und deswegen ist es auch von Vorteil, zum Beispiel so einen Shortcode hier zu verwenden, überall da, wo die Kontaktinfos eingetragen werden. Wir haben wirklich eine Menge Felder hier, wenn wir mal runterscrollen. Es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Locations zu betreiben, aber erst wenn man hier von Person auf Organisation umschaltet. Sobald das passiert ist, da schauen wir uns gleich auch nochmal an, kommen hier die RM Rank Math Locations hinzu und da kann ich quasi Filialen, die woanders sich befinden, auch einpflegen. So, hier haben wir das Adressenformat, Öffnungszeiten, Entfernungsmaßeinheit, wenn dann die Location auch auf der Google Map angezeigt werden soll, wo sozusagen das Headquarters sich befindet. Wir sehen hier wirklich alle möglichen Optionen, die für Google Local eine Rolle spielen. Alle davon gilt es so gründlich wie möglich auszufüllen und dann natürlich zu speichern. Und gucken wir uns auch ruhig auch nochmal die Locations an. Also hier kann ich beispielsweise auf die Locations zugreifen und eine neue Location erstellen. Hier kann ich also für die Location, für die Filiale sozusagen, eine eigene Unterseite erstellen. Packen wir das Ganze doch in die Kategorie Europa. Okay. Und jetzt kann ich hier Headquarters Germany zum Beispiel speichern. Und das war's schon. Also wenn man sich vorstellt, dass jetzt hier die entsprechende Seite schon steht, ließe sich mit dem Schema Generator, den wir uns jetzt direkt als nächstes anschauen, auch ein Schema erstellen. Also Local Business, Use. Und hier im Schema können wir dann sehen, dass wir die Möglichkeit haben, die Adresse, die Lokalität, Region, Postcode, die Geokoordinaten und alles, was dazu gehört, hier einzutragen. Save for this post. In unserem Fall haben wir ja kein lokales Business, aber ich speichere einfach mal den Entwurf und zurück. Und so tauchen dann die verschiedenen Filialen hier in meiner Liste auf. Gerade weil es so gut passt und weil wir ja die Schema Daten jetzt das erste Mal verwendet haben, da haben wir eigentlich die Funktionalität aus diesem Modul hier verwendet. Schauen wir uns das also als nächstes an. Schema oder strukturierte Daten ist ebenfalls ein Pro-Modul. Was lässt sich denn hier einstellen? Je nachdem, welche Plugins installiert sind, kann WordPress mehr als nur Beiträge und Seiten. Aber auch für Beiträge und Seiten lassen sich über Rank Math Schema Änderungen vornehmen, beziehungsweise diese auch abändern. Mal angenommen, jeder Beitrag ist nicht ein Artikel, sondern ein Buch oder ein Kurs, dann kann ich das hier auswählen. Das sind ja die Standardvorgaben. Im Einzelfall kann ich das natürlich immer noch anpassen. Wir sehen hier, wie unglaublich viele Möglichkeiten wir hier haben. Wir können beispielsweise auch sagen, dass alle Beiträge nicht indiziert werden sollen, wenn wir einen sehr guten Grund dafür haben. Natürlich wollen wir das nicht, aber wir haben immerhin die Option, das standardmäßig zu beeinflussen. Hier sind Einstellungsmöglichkeiten nicht nur für die Schema-Funktionalität, sondern auch für viele weitere Funktionen, die Beiträge zur Verfügung stellen. Wir waren ja gerade noch in den RM-Locations und hier sehen wir auch die Standardvorgaben, die dieses Schema dann hätte. Und ich müsste hier den Schema-Typ einfach mal einstellen, beispielsweise, wenn es sich um Restaurant handeln würde, dann könnte ich das hier auswählen. Das Geniale am Schema-Plugin ist, dass ich es sehr einfach, zum Beispiel für Beiträge, aber auch alle anderen Content-Typen, mehr als ein Schema benutzen kann. Alles, was ich dazu machen muss, ist zum Beispiel diesen Beitrag hier öffnen, dann über Rank Math und Schema, den Schema-Generator starten. Und da es sich hier um einen How-To-Artikel handelt, eine Anleitung, ein Tutorial, kann ich auch einfach hier das How-To-Schema verwenden, Use. Die Daten werden hier übernommen. Wenn ich hier mal runterscrolle, dann sehe ich auch, dass ich die Möglichkeit habe, einzuschränken, wie lange dieses How-To dauert, welche Kosten zum Beispiel es verursacht, welches Material ich dafür benötige, welche Tools und welche Schritte. Und hier kann ich dann zum Beispiel einen Schritt hinzufügen, den Schritt benennen und eine Beschreibung hinzufügen. Und das ist es genau, was Google möchte. Diese fertig ausgefüllten Schema-Einträge schaffen es sehr oft zu hohen Rankings am Hauptalgorithmus vorbei. Du musst im Prinzip nur Gebrauch davon machen. Sehr leicht mit Rank Math. Das Modul News Sitemap ist ebenfalls nur in Pro enthalten. Schauen wir direkt mal in die Einstellungen. Hier brauche ich einfach nur, falls meine Publikation bei Google News angemeldet ist, meinen Namen eintragen und dann aktivieren, welcher Typ von Content tatsächlich in die Sitemap integriert werden soll. Speichern und fertig. Mehr ist bei den News Sitemaps nicht zu tun. Das Pro-Modul Weiterleitungen haben wir am Anfang schon gesehen. Auch hier können wir mal reinschauen. Hier gibt es nur wenige Möglichkeiten, die Debug-Umleitungen ermöglichen es nur Administratoren zu sehen, welche URL wohin geleitet wird. Das kann zum Debugging wirklich sehr praktisch sein. Falls es keine Weiterleitungen gibt, dann wird die Standard 404-Seite ausgespielt. Das ist richtig. Und dafür haben wir ja auch schon unseren 404-Monitor aktiviert. Und der Umleitungstyp, außer du weißt wirklich, was du tust, sollte in der Regel nicht etwas anderes sein als 301 permanente Umleitung. Die automatische Post-Umleitung würde ich auf jeden Fall aktivieren. WordPress scheint dies neuerdings ebenfalls schon zu machen von sich aus, aber hier hast du einfach mehr Möglichkeiten. Und das war's schon. Sobald du deine Einstellungen vorgenommen hast, kannst du all deine Weiterleitungen hier im Menü aufrufen, neue hinzufügen, importieren, exportieren und Weiterleitungen sogar nach Kategorien sortieren. Hoffentlich hast du nicht so viele Weiterleitungen, dass du dafür Kategorien brauchst. Die Rollenverwaltung ist ein Feature, was notwendig wird, wenn dein Team auf ein Niveau wächst oder eine gewisse Anzahl erreicht, sodass vielleicht nicht mehr jedes Teammitglied jede Einstellung vornehmen sollte. Dabei kann es ja auch zu Umfällen kommen. Falsch eingerichtete Weiterleitungen passieren da schon mal öfter. Naja, und hier kann ich filigran einstellen, wer was genau einstellen darf oder auch nicht. Das Modul SEO-Analyse macht so etwas wie eine Bestandsaufnahme und testet dabei 70 verschiedene Faktoren. Über den Button Einstellungen oder hier im Menü unter SEO-Analyse kannst du das dann aufrufen und zum Beispiel immer dann, wenn du eine Reihe von Änderungen vorgenommen hast, die Analyse neu starten. Das dauert hier gerade mal, ich würde sagen, 10 Sekunden und schon hast du eine ganze Reihe von Vorschlägen, was du alles, ja, erweitern und korrigieren kannst. Beispielsweise ist unsere Description ein bisschen zu lang. Das gleiche gilt auch für den SEO-Titel. Hier ist ein Biggie. Wir haben überall noch kein Fokus-Schlüsselwort erstellt. Hier kann ich zum Beispiel sehen, wie meine Snippets aussehen werden. Der mobile Snapshot, ob hier alles richtig angezeigt wird. Hier könnte man noch Open Graph Meter hinzufügen und noch eine Menge andere Sachen, die wir hier optimieren können. Das ist wirklich sehr cool und eines meiner Lieblingsfeatures. Die Sitemap und die Video-Sitemap funktionieren natürlich ähnlich der New-Sitemap, wobei es die Video-Sitemap nur in der Pro-Version gibt. Schauen wir uns beide einfach mal an. Hier sehen wir dann auch die Einstellungen für die Sitemaps und die verschiedenen Sitemaps habe ich einfach mal hier aufgerufen. Das sieht dann so aus. Es gibt eine für Posts, Page und Local. Klicken wir mal auf Posts. Die werden geladen. Wunderbar. Und jetzt sehe ich ja hier an der Seite, für welche Inhaltstypen ich Sitemaps habe. Die werden mir auch hier angezeigt und ich kann überall Filter erstellen dafür, was übernommen wird und was nicht. Ich kann sogar Anhänge mit einer Sitemap versehen. Und hier unten sehen wir ja die News-Sitemap, die Video-Sitemap und die Local-Sitemap. Mit anderen Worten, es gibt Sitemaps für alles. Die Google-Stories sind ein neues Hochkantformat, was anscheinend mit Instagram konkurrieren soll und auch dafür hat RankMath mittlerweile eine Unterstützung. Damit man die Google Web-Stories als Modul verwenden kann, muss man das offizielle Web-Stories-Plugin von Google installieren. Wie wir hier sehen können, habe ich sogar ein Update, also aktualisiere ich mal. Dann gibt es hier diesen Menüpunkt Stories. Hier kann ich beispielsweise eine neue Story hinzufügen. Dann bekomme ich auch so einen Fancy-Editor mit einer Menge Vorlagen und kann hier, wenn ich möchte, lebhafte Designs erstellen, die animieren und so weiter. Du betreibst einen Online-Shop mit WooCommerce, dann wird sich RankMath besonders lohnen, da die Unterstützung für WooCommerce wirklich ausgezeichnet ist. Nun, heyuni.de ist jetzt kein Online-Shop, aber ich habe WooCommerce einfach mal installiert und aktiviert. Sobald ich damit beginne, ein Produkt zu definieren, so wie hier, kann ich mal ein Suchmaschinen-Preview sehen, das Snippet auch editieren und habe dann jede Menge Möglichkeiten, diese Produktseite zu optimieren. Angefangen beim Fokus-Keyword, das man immer vergeben sollte und dann bekomme ich natürlich auch die ganzen Hinweise darüber, was noch nicht gemacht ist. Es geht natürlich darum, so viele Häkchen wie möglich zu kriegen und kein rotes Kreuz mehr zu haben. Und das sind nur die allgemeinen Einstellungen. Darüber hinaus gibt es noch Advanced. Ich kann spezielle Schemas verwenden, so wie bei normalen Seiten und Beiträgen auch. RankMath ist kostenlos. Der Einsatz lohnt sich auf jeden Fall. Ob für dich die Pro-Version für 59 Dollar jährlich in Frage kommt, kommt natürlich darauf an, ob du eines dieser Module wirklich verwenden kannst. Ich würde sagen, das muss jeder selbst entscheiden. Für mich persönlich, ich würde auf gar keinen Fall bei einer modernen Zeit auf die Schema-Unterstützung verzichten wollen. Auch zu sehen, wie viel meine Arbeit bis jetzt gebracht hat, wo meine Rankings sind in Relation mit meinem Traffic, dass alleine nicht noch die etlichen anderen Features, die es gibt, wäre mir schon den Betrag wert. Die einzige Einschränkung, die ich hier sehe, ist, dass man insgesamt nur 500 Keywords tracken darf. Aber man kann die Pro-Version auf beliebig vielen Sites installieren. Das ist schon was Außergewöhnliches. Macht fast kein anderer Plug-in-Hersteller. Und wer mehr Keywords braucht, der kann auch die Business-Variante holen. 10.000 Keywords sollten für die meisten Leute wirklich sehr gut ausreichen. Ja, und wenn du eine lokale Website hast oder einen WooCommerce-Shop, dann bleibt der ja auch gar nichts anderes übrig, außer die Pro-Version. Also im Fazit, Rank Math Pro ist ein absoluter Feature-Gigant. Es kann einfach mehr als alle anderen SEO-Plugins. Also wenn man hier Dollar pro Feature rechnet, dann ist das Plugin wirklich sehr preiswert. Auf der anderen Seite, diese ganzen Features, die wollen natürlich erstmal genutzt werden. Man muss sich doch relativ intensiv in die Software einarbeiten. Meiner Meinung nach liegt das aber eher weniger daran, dass die Software zu komplex ist, sondern mehr daran, dass die Workflows in der Suchmaschinenoptimierung in Kombination mit Social Media und so weiter heutzutage ohnehin unglaublich komplex geworden sind. Unten in der Description findest du unseren Partner-Link. Wenn du Rank Math Pro oder Business darüber erwirbst, erhalten wir eine kleine Provision und für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Danke für deine Unterstützung. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass uns doch bitte ein Abo und ein Like. So können wir in Zukunft noch mehr Videos für dich machen. Das war's von mir, Sascha für Search One. Out.